hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren folge dead by daylight und jetzt bin ich wieder im tal der qual mein leben ich bin jetzt wieder dwight und marius immer noch megan ja das spiel ist auch eine qual ja ich bin megan fox geil also es ist schon mal nicht die nurse ja ist das sehe ich auch ist ein killer nein das ist in den haken jetzt aber es ist schon wieder michael hallo wie geht es dir meine kollegen und ich werde alleine schon ein erfolgs erlebt das ist wirklich ein sie werden sowas von sterben meine freunde werden sowas von sterben wir haben sagen der gehen kann das wirklich am hundertsten bin ein tag denn so ein typ so ganz langsam geht das gefühl dass diese quicktime dass dieser quicktime fall irgendwie schneller geworden ist und der ganze kreis ist generell kleiner geworden ja er war mal der war mal größer ja manchmal eben nein er ist immer noch da verdammt ich wollte links retten aber ich habe gleich mein erster generator steht das war knapp er ist noch bei dir ne 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 alter war das juhu gut das denkt ihn ab alter weißt du kommt so zum generator ich stehe hinter dem generator er kommt jeder generator vorbei ich dachte okay er habe mich nicht gesehen plötzlich sehe ich wie er sich langsang umdreht nein du siehst mich nicht du siehst mich nicht und er hat mich zum glück nicht gesehen das war was anderes hast du eigentlich mal die teile eigentlich gesehen hat das problem ist jetzt ein aufgeladenes messer hat das ihn abgelenkt weiß es nicht ich höre ihn noch ich gehe noch ich gehe dieses zeppelin links da rein als ich vielleicht ein paar sekunden geduld danke ja gern geschehen möchte gerne vergiss nicht zu zucken und eine frage hast du diese halloween teile eigentlich welche halloween teile also der mike meyer es kommt doch von dem film halloween ich hab's noch nie gesehen ich auch nicht wollte ich eigentlich sagen können wir einfach machen ja das ist ja so eine richtig lange reihe alter was für ein wichser kräftig ist im kreis ist auf einmal in den baum ok ich höre ihn aber ich sehe nicht vielleicht hat er rumgelenkt und sehen sie wir sind immer noch da er kommt immer er kommt zum haus zum dies sollte für den ding ich sehe ein haus ein wunderschönes haus er hatte jemanden oder sucht sich zu holen er hat er hat er hat man kann das wäre dem ich an die mich jetzt holen will na das war kein das auch das ist doch scheiße ich dachte er hat ihn wenn ich nur da werden noch nicht so bleibt hier also ich bin schon wieder kein bock dieses fucking spiel ich habe schmerzen also er kämpft immer noch ne ja da hängt auf dem berg super jetzt haut er ab das warst du den rest der folge könnt ihr bei christian sehen ja aber man kann sein wer das ist das ist so ein abfahrt einfach die ganze zeit haben die nur diesen verfickten michael meyer ist die ganze zeit verrecklich es war gut und schön wenn man ein neuer kerner kommt aber dass dann alle wirklich den killer spielen das fängt ab bis auf einen sonderling der die nurse spielt was für ein opfer okay ich verstecke ich mach das tor bitte und ich verstecke mich mach das tor mach das tor ach jetzt ist das tor da ach jetzt ist ja schön okay ich dachte ich dachte du bist am arsch ich dachte das tor wär offen Nein. Was hat das nicht so angehört? Du bist am Arsch. Ja! 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 Alter, krieg, 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 krieg. Nein! Du verdammte Schlampe! Mike Myers, du Hurensohn! Nein. Du Hurensohn! Nein! Wenn du Glück hast, schaffst du es. Nein! Fick dich, 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 fick dich! Nein! Nein! Das gibt's doch nicht! Oh! Alter, ich bin so der Fall. Alter, vor allem, das Tor war schon fast offen. Dieser Typ hätte eine Sekunde nur länger dranbleiben müssen, das Tor wäre offen und ich wäre durchgekommen. Ich hab mega den Abfall gerade gegen diesen Typen, ne? Nein! Das war so knapp, aber vor allem, also dieser, dieser Typ, ich glaub, das war Lestos oder so, der Drang, der, ja, glaube, Lestos, der, der das Tor aufgemacht hat, der ist ja abgehauen. Da ist Magini gekommen, hat das Tor wieder geöffnet und der hat wirklich, musste ja nur kurz drangehen, dann war es sofort offen. Das heißt, der Typ hätte einfach nur eine Sekunde länger bleiben müssen und wir hätten entkommen können. Ja. Boah. Ich hab so einen Hass gegen Michael, ne? Alter, das ist, es ist nicht zu beschreiben, ne? Alter, Hass ist dagegen noch sehr, sehr nett ausgedrückt. Alter. Den Schildenbrenner ich um! Äh, ich bring den Entwickler um, der den reingebracht hatte, dieses scheiß Spiel. Alter! Alter! Ja, ich fress mal einen Bart, den ich kaum hab, weil ich ihn mir schneide. Bau, bau, okay, warum, 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 warum bist du warten? Was, was, was soll das? Ich schreibe mal Michael Myers. Mit, äh, Michael, also Michael und dann Myers. M, Y, E, R, S. Okay. Okay. Also, du willst wahrscheinlich das hier schreiben, Alter? Nein, nicht schreiben, nicht schreiben, nicht schreiben. Wie lange? Vielleicht nimmt er den dann. Vielleicht nimmt er den dann mit Absicht. Aber was ist, wenn man please hinschreibt? Äh, das bringt nix. Okay, ich warte die letzten fünf Sekunden. Äh, ich warte jetzt in zwei Sekunden. Äh, ich warte die letzten, eine Sekunde. Okay. Alter, es macht schon eine. Das ist typisch, Frau, ne? Bisschen, erst in ihr Handtasche parat machen. Aber ich hab eine Tasche. Na, egal. Oh Gott. No fucking Michael Myers. Oh, ja, scheiße, man weiß, Gott. Ich hab, das ist richtig. Äh, das ist A vergessen. Ja. Äh. Äh, scheiße, ich hab, ich hab, mein, mein Dings vergessen. Mein Opfergabe, mein Opfergabe, für die ich auch schon lange nicht bereitet. Wollt ja immer noch die Braundinger da drin verbrennen. Ja, ich hatte gerade noch so ein gelber Toil verbrannt, aber jetzt hab ich, ich hatte, ich wollte noch was mit verdichten Nebel und so. Vergessen. Passiert. Wie wär's, wenn wir nochmal den Kettensägenmann haben? Und hier kommt der Kettensägenmann. Der Kettensägenmann. Der Kettensägenmann. Der Kettensägenmann. Und hier kommt der Kettensägenmann. Der Kettensägenmann. Der Kettensägenmann. Der Kettensägenmann. Der Kettensägenmann. Leute, der wär wenigstens mal in Ordnung. Das wäre mal ein guter Killer. Also mal eine richtig schöne netze Killer-Runde. Also den Geist, den kann ich auch nicht ab. Und die Nurse, die Nerven. Äh. Der Feindschüler ist eigentlich immer noch der Klassiker, find ich. Ja. Von Michael Myers ist das einfach nur so ein... Hingewächser Hurensohn, den man am besten wieder aus dem Spiel rausentfernen sollte. Ja, der ist so okay. Also, dass man diese Schritte nicht... Also, der Hut, der kann wahrscheinlich die ganze Zeit zu Lamsang rennen, aber... Das ist echt schon krass. Den hörst du nicht. Der kann nicht sofort aggrieren. Das hat nur Lamsang, ne? Das ist schon... Ich bin gerade als Vigo gekommen. Ich hoffe, das hat jetzt keine große Auswirkung. Nö, nö, nö. Das war nur leicht. Bom, da bom, da bom, 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 bom. Dann wäre ich, ähm, ganz ungewöhnlich für mich. Ich durchsuche jetzt keine Kisten, wenn... Also, jetzt schon... Zwei Runden lang keine Kisten mehr. Also, mit White nutze ich mal ein Inventar. Ich versuche, das ein bisschen leer zu machen. Alter, was? So schnell? Das... Horro Kit. Und wer ist das? Wer ist das? Ich hätte es sehen können. Ich habe es aber nicht gesehen. Das hört sich nah an. Oh, doch nicht. Ja! Das ist schon wieder, Michael. Na klar. Und es ist ein Kemptner, Michael? Nein, 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 nein. Ein Kemptner, Michael? Ich weiß es gerade nicht. Ich habe den... Ich sehe, ich sehe, ich sehe. Wie kannst du es jetzt machen? Was? Äh, den... Horro Kit zu retten. Warte, da ist gerade ein anderer. Ich renne da jetzt nicht hin. Okay. Alles klar. Versuche jetzt hier irgendwo eine echte Generator zu finden und mach den mal fertig. Meiner ist fast fertig. Ich gehe ins Haus rein. Da bin ich. Und fertig. Nein. Da ist noch eine Kiste, wenn du willst. Und unten ist auch ein Generator. Oh. Ja, ich habe es gerade gesehen. Beide sind down. Don't let me down, down, down. Und sehr wahrscheinlich liegt die eine direkt neben dem. Nee, er hat sich wieder aufgehoben. Aber ich weiß nicht, ob ich es zum Horro Kit schaffe. Ich... I will try my very very best. Hey, wow, ich habe eine Taschenlampe. Oh Gott, das wird knapp. Nein! Du Schlampe! Ich hätte es noch ein bisschen länger durchgehalten. No, nein. Nein! Das ist unfair! Weiß ich, lauf hin, ne? Sie stirbt und Michael Myers sieht mich. Das heißt, er ist hinter dir her. Ich vermute. Ich sehe ihn jetzt gerade nicht. Ja doch, er ist hinter mir her. Dann bleib weg von der, dann hole ich die jetzt. Ja, ich... Ich renne weg. Ich renne mal across the map. Ich renne einfach weiter. Das habe ich im Buch gehört. Bist du mal mit? Wenn ich der Killer gewesen wäre, ihr werdet schon alle tot. Und bitte ist keine Scheiße. Oh, Alter. Alter, was war das denn jetzt? Ich schwirrste, ne? Ich gehe, krieche ich auf den Boden so ganz langsam um die Ecke, ne? Mhm. Ganz langsam. Bin gerade an der Ecke angekommen. Gehe nach rechts. Wer kommt mir direkt an der Ecke entgegen? Alter, mach das Ding nicht runter. Das wäre mies. Aber ich dachte, ich lauf gerade... Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Du willst, du willst, du willst, Mare, du willst, Mare, nicht wie. Ey, ey, warum mal hinter mir her? Warte, warte, geh in eine andere Richtung, wenn es geht. Ja. Ich werde mich gerade am Generator geheilt. Alter, warum ist wieder hinter mir her? Das ist, das ist Mobbing. 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 Wir machen den Generator fertig. Mobbing. Er ist am Haus unten. Ja, sag mir was, was ich noch nicht weiß. Ich sehe ihn nicht mehr. Das, 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 das Scheiße. Ja. Was? Der ist, der ist direkt hinter mir. Immer noch. Fick dich, Michael. Fick dich. Ich gucke mir die Filme nie an von dir. Nie wieder. Also ich werde nicht damit anfangen. Ich habe gerade noch den Generator fertig gemacht. Hallo, bist du das oder ist das... Ich will das nicht werfen. Ich bin gerade einfach nur weg. Das ist, äh... Das ist die andere Meck. Oh, ich sehe dich. Ist ja hinter dir. Ich bin gerade nur gegen die Wandkelein. Ich bin gerade nur gegen die Wandkelein. Ich bin gerade in den Generator, wo du hingelaufen bist. Wolle ich dir machen? Rechts von dir. Wir sind von der Worte. Wir sind das zufrieden. Werner los. Oder warte, ich habe gerade etwas gesehen. Boah, ich habe gerade gerade für Michael gehalten. Komm, los. Ich weiß nicht, wer von euch ist. Ich bin hier an der Stirnseite. Okay. Ich dachte auch gerade eben, du wirst neben mir und plötzlich hörst dich schreien. Oh, das ist ja gar nicht du. Weil mir da guckt auch nach links und rechts. Warum haut die ab? Ähm. Was? Ähm. Was? Kacke. Nein! 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 Sieht doch immer! Geh mal weg! Nein! Scheiße! Scheiße! Wer ist hinter mir her? Fuck! Guck mal nicht um den Generator. Ich versuch's. Alter! Wie wies. Gesagt, getan. Wie scheiße war das denn? Ich bin weglaufen. Ich dachte, vor allem, ich dachte so, wie kann ich den da gesehen haben? Kacke. Alter. Oh Gott. Er ist nicht mal bei mir. Sag das doch vorher! Ich hab mich doch gerade. Ja, in dem Moment hat er mich gewässert. Okay, versuch. Wenn er weg ist, sag Bescheid, ich mach den letzten Generator. Er ist hinter mir, er ist hinter mir, er ist hinter mir. Ich fahr jetzt an Haken, ich sehe es wo. Ich, äh, übrigens, einer ist gerade am Haken, am Dinkstrand, am Generator. Ich hänge zum Haken. Ich bin an dem Generator. 3, 2, 1, 0 und es tut weh. Hier warte alle Position von dir. Okay, sie, äh, er, ähm, steht da und kämmt. Und sie? Sie macht einen Generator. Und er geht weiter weg und tut so, als würde man... Kommt der meine Richtung? Nein, der guckt gerade Hügel, er erkennt gerade den Hügel. Macht das einfach scheiß, den scheiß Generator fertig. Wo geht's hin? Ich bin wieder am Generator. Bleib einfach am Generator, mach den fertig. Mach ein Tor auf. Direkt neben mir ist auch das Tor. Ja, mach das einfach auf. Ich sag dir, wenn er zu dir kommt. Und wenn's geht, beeil dich, bitte. Nein, 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 nein. Nein, mach's nicht, mach's nicht, mach's nicht, mach's nicht. Okay, wenn's geht, sofort das Tor offen machen. Ja, ich muss einen Generator machen. Ja, einfach. Dauert noch, dauert noch, dauert noch. Dauert noch. Sag, dass der Killer direkt hinter mir ist. Oh nein. Ich bin da, ich bin da. Nein, ich werde sterben, ich werde sterben. Okay, übrigens, er geht direkt zum Haken gleich, der bei dir ist, in der Nähe. Oh nein, er hat den übersehen, er hat den übersehen. Kommt der zum Tor? Ah, hier ist ein anderer Haken. Mach das Tor auf. Das schafft der nicht mehr zum Tor. Er kommt, er kommt, er kommt zu dir, mach beeiligt. Das Tor ist offen, das Tor ist offen, das Tor ist offen. Hallo. Ich bin auf. Felix, einer muss es schaffen. Guck mal, da steht er. Ich bin noch in meinem... Ich seh nix. Ich kann es nicht sehen. Er kommt weg. Ich hab's geschafft. Ich hab ein Tor geöffnet. Ich habe überlebt. Ey, und du bist entkommen. Ich habe ein Tor geöffnet und ich habe es überlebt. Jetzt habe ich einen Kasten verloren und ein Medikit und ich kann die noch nicht mehr zuschauen. Ich glaube, alle sind schon abgehauen. Ich hab eine Taschenampel bekommen. Okay, aus irgendeinem Grund wird mir noch angezeigt, das Spielstand von letzter Runde. Ich hab mir gar nicht drauf geachtet. Ich könnte jetzt noch mal mit Max spielen und ich muss einmal entkommen. Ja gut, aber das würden wir in der nächsten Folge machen. Das wäre in der nächsten Folge, genau. Cheerio. So? Hein? Vielen Dank.